hollich youtube herzlich willkommen zu einer weiteren video auf meinem kanal und heute mal was ganz besonderes und zwar fange ich jetzt mit einem format an und zwar ich übe jetzt ein bisschen zu ich bin lange 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 nicht im microsoft gewesen fang jetzt wieder an wie ich im letzten video gesagt habe und ich dachte mir so nebenbei konnte ich doch sicherlich und was geiles ich habe mein schweiz geholfen könnte ich auch noch was neues dazu lernen so I've been counting minutes for quite some time now, just to see you again. So. Ja, wie gesagt, ich übe jetzt ein bisschen zuupen. Da ich das Ganze nicht über Hotkeys kann, muss ich das Ganze immer über Mausrad switchen. Ich habe das schon mal ein bisschen geübt. Und, ja, ich will es jetzt weiter ausbauen. Ja, was soll man dazu noch sagen? Ernsthaft? Egal, gebe ich bessere Kombos. Und da höre ich schon auf zu brennen. Egal. Also das kann hier gerade wirklich keiner gut zupen, wie ich merke. Ach so, gibt es da, soll ich sagen. Hier. Da hast du ein paar Suppen. Bitte schön. Da. Da hast du ein paar. Da. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Da. Nein. Da. Für dich. Für dich. So. Ah, der Nachteil, wenn die Finger kalt sind, was sie gerade bei mir sind. Ja, sonst ist das Aiming noch nicht richtig drin und... Zweitens, du kriegst noch nicht da. Dann musst du gleich mal refillen oder so. Ja, Mann, ey. Wie gesagt, refillen bin ich auch der übelste Lappen drin, vor allem, weil ich jetzt seit Jahren kein Merkwunsch mehr gespielt hab, gefühlt. Oh mein Gott. Also, alle super, die so ein bisschen suchen können, werden sich jetzt gerade wahrscheinlich denken, okay, Kotti, der größte Lappen... Okay, wo kam der? Der größte Lappen in Sup, EU West. Ich kann das nicht vorhandene Sup können, mit halbwegs guten Hits ausgleichen, die ich jetzt gerade aber nicht so wirklich geben kann. Das war die kritische Wunde und die hat er genau getroffen. Mann, ich muss auf Slot 5. Es ist halt beim Mausrad einfach übelst kritisch. Musik Ok, mein Helm hält noch, aber seine Schuhe sind jetzt auch schon down, das heißt, er muss richtig, aber jetzt geht bei mir gleich auch Bruch, ja, jetzt gleich die Hände. Bei mir ist gleich komplett Ende, wenn er so weitermacht. Ok, mein Helm ist broke. Meine Schuhe halten jetzt auch nicht mehr so viel aus. Oh, nein. Oh, und er kassiert das wenige Knockback wegen dem Baumstamm. Maaan! Hallo! Wieso ist der schneller als ich? Ja, 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 ja. So, jetzt ist seine Hose auch noch broken. BAM! GG, okay. Der Kampf dauerte extremst lange. Es war ein Noob-Kampf, as fuck, ja? Und ich werde jetzt noch einen Kampf machen. Und dann, äh, wird es auch schon damit sein, wenn ihr mehr für diesen Format sehen wollt, wie ich hier reinschwitze ins Zub und mein allerbestes gebe. Ähm, äh, dann schreibt es mir in die Kommentare, ähm, ja, ich werde dieses Format wahrscheinlich, äh, ich lerne es Zub nennen oder so eine Scheiße. Weil, äh, zupen kann ich ja echt nicht. Das, was ich gerade mache mit dem Hot, äh, mit dem Mausrad ist ja auch kein Können. Oder kein Wikis zupen. Ups, oder? Okay, was ist denn jetzt mit dem Maus? Alter, was gibt der jetzt für Hits? Hits, Hits, Hits. Alter. Junge, manchmal gibt der übelstärke Hits und manchmal nicht. Das ist total komisch. Hast du Leute, die man gar nicht im Kampf einschätzen kann, weil die mal gute Hits geben, mal schlechte Hits. Und das gibt total viel Damage. Okay. Okay, den habe ich jetzt irgendwie nicht so ganz durch, durchblickt den Gegner, aber egal. Ich hoffe, euch hat dir das Video gefallen. In diesem Kampf spiele ich jetzt eher auch noch zu Ende. Und dann, äh, war es das heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis zum nächsten Mal. Und tschö. Kann man das vorher nicht mehr ausmachen? Okay. Tschö. Oh, der kennt mich. Okay, dann möchte ich tschö. Grüße gehen raus an xliquid urcx. Ja, und würde ich jetzt sagen. Grüße gehen raus an dich. Und dann beende ich hiermit das Video. Good luck, bro. Outro. 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 Vielen Dank.